Hi zu 505, eure Nachrichten-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Heute wieder mit mir, Christina. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Dafür sind die anderen jetzt alle unterwegs. Also wir geben uns hier gerade, ehrlich gesagt, so ein bisschen die Klinke in die Hand. Aber bald, verspreche ich euch, sind wir wieder alle am Start. Und bis dahin reden wir heute jetzt über diese Themen. Am Wochenende war CSD in Braunschweig. Leider hat es auch einen unschönen Vorfall gegeben. Klimaaktivisten versuchen die Produktion im Wolfsburger Stammberg zu stören. Und Vandalismus an den Lechner-Figuren. Jetzt gibt's Konsequenzen. Am Wochenende haben Tausende zusammen in der Braunschweiger Innenstadt den CSD gefeiert. Eigentlich total friedlich und alle waren irgendwie richtig happy und haben zusammen unter dem Motto Bund gegen Gewalt angstfrei leben gefeiert. Und genau unter diesem Motto, finde ich, ist es irgendwie noch viel, viel dramatischer, was dann am Ende nämlich noch passiert ist. Es gab mehrere teilweise homophobe und queerfeindliche Angriffe und einer war allerdings besonders schlimm. Unsere Kollegin Yves Bernhard hat für uns vom CSD berichtet und ist jetzt hier bei mir. Yves, kannst du uns ganz kurz erzählen, was da eigentlich erstmal passiert ist? Also du hast es gerade gesagt, es gab mehrere Geschichten, die da passiert sind. Das waren einmal zwei gewaltvolle Auseinandersetzungen, wo unserer Erkenntnis nach Streits vorhergegangen sind. Es gab einen sexuellen Übergriff und eben einen homophob motivierten Angriff auf einen 22-Jährigen. Das ist hinter dem Schloss passiert, also auf dem Herzogin-Anna-Amaja-Platz. Und dort haben fünf Täter einen Mann angegriffen, einen jungen Mann, der scheinbar wegen seines Äußeren aufgefallen ist, den Tätern, und haben ihn geschlagen und getreten. Und die haben auch dann immer weitergemacht, ne? Genau. Die haben angefangen quasi, er ist zu Boden gegangen, dem immer weiter... Ja, genau. Also als er am Boden lag, haben sie nicht aufgehört. ...draufgehauen. Und die Polizei, die hat ja auch direkt einen 16-jährigen Täter gestellt. Wie sieht's, du hast jetzt gerade von mehreren gesprochen, wie sieht's sonst aus? Wissen wir da irgendwas? Nee, also unserer Erkenntnis nach sind die bisher unbekannt. Die Polizei ermittelt in dem Fall weiter und hat auch eine Anzeige oder ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und sucht eben gerade noch nach den vier weiteren Tätern. Ansonsten sagt die Polizei aber, es war relativ friedlich, ne? Ja. Soweit man das sagen kann, im Angesicht von sowas. Danke dir auf jeden Fall für deine Infos. Und an dieser Stelle natürlich wünschen wir auch gute Besserung an diesen 22-Jährigen, der da so mies behandelt worden ist, muss man sagen. Vielleicht dringt es ja irgendwie zu ihm durch. Also gute Besserung an dieser Stelle. Mittlerweile haben sich natürlich auch viele Politiker und Politikerinnen gemeldet und ihre Anteilnahme bekundet und den Angriff natürlich auch aufs Schärfste verurteilt. Gab es ganz viele Statements heute schon, wir verlinken euch den Text auch nochmal. Aber da haben wir auch nochmal eingeordnet, wie sehr zum Beispiel jetzt die Anzahl der homophoben Straftaten hier bei uns in Niedersachsen in den vergangenen Jahren angestiegen ist. Klimaaktivisten und Aktivistinnen haben in Wolfsburg heute versucht, die Produktion im VW-Stammwerk zu stören. Das ist ja jetzt eigentlich nichts Neues. Das hat es ja schon öfter gegeben, so Protestaktionen. Aber man muss schon zugeben, heute war das tatsächlich relativ kreativ. Sie haben nämlich einfach an einer Werksführung teilgenommen und wollten dann die Produktion in der Halle eben stören. Die Angestellten haben das aber wohl noch verhindert, so heißt es. Die Fließbänder wurden kurzzeitig gestoppt. VW sagt aber in einer Pressemitteilung, dass die Produktion dadurch insgesamt nicht beeinträchtigt wurde. Also es läuft alles weiter wie geplant. Verletzt wurde auch niemand. Im Endeffekt ist also alles glimpflich ausgegangen und die Polizei war dann aber auch direkt natürlich zur Stelle und hat die Personalien der Aktivisten und Aktivistinnen aufgenommen. Alle Details verlinke ich euch nochmal in den Shownotes. Die Lechner-Figuren in der Braunschweiger Innenstadt, die bewegen die Gemüter, könnte man sagen. Anfangs haben sich alle mega gefreut, dass die Figuren hier wieder bei uns stehen. Viele haben dann ja aber auch berechtigte Kritik geäußert und schon damals hat jemand von euch unter dem Post auf unserem BZ-Insta-Kanal geschrieben, dass er Angst hat, dass die Figuren von irgendwelchen Dummies, muss man irgendwie sagen, nachts zerstört werden. Und ich war noch so, ach Mensch, na Quatsch, das wird wohl nicht passieren bei sowas. Das schadet ja keinem, diese Figuren. Und eigentlich haben alle was davon und man kann da irgendwie auch seine Kritik anbringen, aber das wird ja wohl keiner kaputt machen. Nun ja, also die vergangenen Tage und Wochen, die haben uns eines Besseren belehrt, muss man sagen. Gerade am Wochenende sind auch wieder einige Sachen, die da so eigentlich auf dieser Tafel vorm Schloss standen, verschwunden. Erst letztens ist ja die Kaffeekanne, die da stand, immerhin im Magniviertel wieder aufgetaucht. Käse und Kuchen sind bis jetzt auch einfach noch verschwunden. Und die Lechners haben auch schon eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt. Und jetzt gibt es eben sogar noch ein Spendenkonto, von dem die Reparaturen bezahlt werden sollen. Wenn das überhaupt möglich ist, die Sachen zu reparieren. Und es kostet natürlich auch alles extrem viel Geld. Verlinke ich euch alles in den Show Notes. Und das war heute sonst noch richtig. In Salzgitter Hallendorf oder eher gesagt bei Salzgitter Hallendorf hat es in der Nacht auf Sonntag einen Unfall gegeben. Das hat zumindest eine Zeugin der Polizei gemeldet. Und die Beamten haben dann da auch das demolierte Auto gefunden, von dem sie gesprochen hatte am Telefon. Von den Insassen fehlte tatsächlich allerdings jede Spur. Und die Beamten haben dann einen Spürhund eingesetzt und auch tatsächlich zwei Männer in einem angrenzenden Waldstück gefunden, die zum einen irgendwie deutlich unter Alkoholkonsum standen, wohl aber auch noch einige andere Substanzen zu sich genommen hatten. Alles weitere wird jetzt ein Bluttest zeigen. Großer Polizeieinsatz gestern Abend in Wolfsburg im Gewerbegebiet Westrampe in Fallersleben. Da hat eine Lagerhalle gebrannt. Die gehört der Stadt, genauer dem Fachbereich Grün. Zum Glück ist niemand verletzt worden. Der Schaden ist aber ganz immens. Die Polizei schätzt ihn nach ersten Erkenntnissen auf mindestens 350.000 Euro. Und einen kleinen Tipp habe ich noch für euch. Am Samstag spielen Silbermond beim Ravteich Open. Also brauche ich glaube ich nicht groß zu erklären, wer das ist. Die kennt ihr alle. Und wir haben da echt eine richtig coole Verlosung für euch. Ihr könnt nämlich eine Backstage-Tour und danach noch Tickets für die Show gewinnen. Not sich auf jeden Fall. Alle Infos verlinke ich euch in den Shownotes. Das war es tatsächlich schon für heute. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Genießt den Montagabend zum Start in die neue Woche. Und ihr wisst, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, irgendwas habt, meldet euch jederzeit gern. Entweder an die WhatsApp-Nummer in den Shownotes oder ihr schickt uns eine Mail an 505. at funkemedien.de Tschüssi und bis morgen.